To Punish Your Soul Kurz alles regenerieren. Ich wusste jetzt gar nicht, ob ich noch alles hatte. Gar nicht drauf geachtet. Aber ist nie verkehrt. Saß er jetzt hier? Ich dachte, er hätte was zum Scannen oder so. Komm. Du auch. Wo rein? Da will er hacken. Los geht's. Erstmal unten. Wo oben. Alles klar. Wirst du damit fertig, BD? Du hast es drauf. Im Namen des Imperators. Eliminiert ihn. Ich vollziehe den Willen des Imperators. Du musst dich schon mehr verstrengen. Er ist verwundet. Woppa. Wir, wir schaffen das. Erledigt ihn endlich. Ich treffe ihn nicht. Wir werden dich büßen lassen. Ich brauche nur eine Sekunde. Seht euch das an. Benötige Wartung. Das war dein letzter Fehler. Es brennt im. Sehen wir uns das mal an. Vorwärts. Er ist auf der Flucht. Bewegung. Ich kann ihn kriegen. Lass sie nicht zu nah ran. Du hast sie alle ausgeschaltet. Erkundung bestätigt Hey, kann er auch mal blocken? Egal Er plockt einfach nicht Shit Zerlegt diesen Verräter Dieses Kind hat Angst vor uns Ich brauche etwas zu Attackiert den Feind Machst du Paketentruppler am Boden Auf ihn Er hat Schaden erinnert Plackiert ihn Es fehlt dir an den Kurs einen Fehler gemacht Nur ein Kratzer Hör auf weg zu rennen Das mit dem Block Ich habe keine Ahnung warum ich nichts geblockt bekomme Nicht ein Null Ahnung Komm schon Kumpel Kann der Joku hier noch was scannen? Hier vorhin mehrmals abgesprungen Sprung Nein Feind nichts Kannst du das Ding hacken? Shit So wird's gemacht Der Jedi Der Jedi Er ist im Verhörflügel Hör auf dein Schicksal hinaus zu zögern Halt auf ihn auf Bewegung Ich habe ihn Auf ihn Auf ihn Na Hier mein Gott, komm das war der letzte Kerl, ich bin in der Nähe, aber hinter einer Panzertür da muss eine Konsole sein hab sie Oh shit war noch voll drauf Ja, bringen wir es hinter uns Spur von Thriller? Nein, noch nicht Das Holocron wird in der Verhörkammer aufbewahrt Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung Ich öffne den Weg zum Holocron Geh zum Holocron Ich lenke die Verstärkung ab und stoße dann zu dir Hübsch Also gut, lass sie Könnte ein Turbolüft sein Damit kommen wir hier raus Äh Wir nähern uns BD1 Du bist ein echter Freund So was hab ich noch nie gesehen Fortschrittlich Selbst für das Imperium Die Schütze gehen gleich los Löse Wir haben sie gebrochen Vollständig Und auf die dunkle Seite gebracht Ich hab echt jetzt gerade erwartet Dass auf einmal die Geschütze losgehen Und auf mich schießen Kannst du da einbrechen? Dich hält nichts auf Bis die für Hörkabber Das ist die für Hörkabber Ah Trinalie und tralala Ich hasse die alte, ne? Oh, shit. Heyyyy. So viel armen. Du wirst nicht mehr lange stehen. Bitte! Du kannst nicht entkommen! Du hast nicht gesagt, dass du uns nicht gewusst hast. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Boah, ey. Ich weiß nicht, warum ich die Alte nicht geblockt bekomme. Ich weiß nicht, warum ich die Alte nicht geblockt bekomme. Es ist vorbei, Trilla. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich weiß nicht, warum ich die Alte nicht geblockt bekomme. Okay, das sieht nicht gut aus. Ist es auch nicht. Ist es auch nicht. Er kommt. Ihr habt versagt, Inquisitorin. Ich weiß nicht. Es wäre klüger, sich zu ergeben. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. 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 Ich hab's wohl nicht gesehen gehabt. quando die Alte nicht sieht, wenn die Alte nicht holen wird. Puh. Wir sind fort auch wieder weggekommen. Wir haben ihn abgehängt. Ich schaff's schon. Siehe, ich enttäusch dich nicht. Kleiner, hörst du mich? Sie antworten nicht. Werden Sie. Ich bin ganz sicher. Breeze, ich bin hier. Auf dem Weg zur Oberfläche. Bleib bereit. Ich hab das Honokon. Aber Ziel ist es nicht geschafft, Breeze. Übergebt das, Holokon. Das gebe ich euch nie. Abwarten. Ihr werdet die Kinder nie bekommen. So viel Hass. Horst, ihr wäre eine exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist stark als das. Nein, nein. Ja, stark mit der dunklen Seite. Ich kann sie in dir spüren. Siehe, Siehe. Hey, bleibt mir vor. Ihr habt noch eine Wahl. Okay. Okay. Hey! Hey! Hey, Kleiner! Kel! Kel! Sieh! Ihr geht's gut. Ihr geht's gut. Ja. Du auch. Geschafft, Kleiner. Wirklich? Geschafft! Pass bloß auf, Kel! Wo sind sie? Ja, da draußen sind sie. Oh, warte! Halt, Moment! Verzeihung. Das warst du im Wasser, nicht wahr? Zum Glück bist du okay. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Hey. Hey. Und was jetzt? Tja, Captain. Ich brauche ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Was? Also, wenn's ihnen nichts ausmacht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht noch bleibe und sie an ihr nächstes Ziel bringe. Außerdem sieht der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Es hilft uns, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Aber nicht durch uns. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Und wohin jetzt? Das klingt nach... Es war einfach ein verdammtes Spiel. Eine extrem gute Story. Und ja. Also, ich muss echt sagen. Das war echt seit langem mal wieder ein richtig gutes Star Wars Story Game. Da kann auch nicht die Story von Battlefront oder sonstiges mithalten. Die Story war hier einfach richtig. Und es war mir wirklich eine Freude, das zu spielen. Und zu Let's Playen für euch. Oh, ja. Ich würde sagen. Das war's. Wir sehen uns in der nächsten Spielreihe. Was kommt, weiß ich noch nicht. Aber es wird was. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und nicht vergessen. Ja. Ich weiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja.